Nun, mit 75 hat er die Verheissung bekommen, dass er ein Vater vieler Völker werden wird. Dort hat er die Verheissung bekommen, dass Gott ihn segnen wird im 12. Kapitel. Aber er musste 25 Jahre auf das Resultat warten. Dann im 15. Kapitel und im 16. Kapitel ist er 86 Jahre und dort schliesst Gott einen Bund mit ihm. Nun, der Bund wurde geschlossen zwischen Gott und Jesus Christus selber, den Abraham, wo Abraham war am Schlafen. Aber dort hat er diesen Bund erhalten. Aber trotzdem ging es immer noch 14 Jahre, bis die Verheissung, bis Isaac da war. Nun, hier im 17. Kapitel ist er 99 und er bekommt das He, das Hebräische He steht für Gnade. Und jetzt geht es nur noch ein Jahr. Und die Verheissung ist da. Nur noch ein Jahr. Kannst du diese Stationen sehen? Die Verheissung hat er bekommen im Kapitel 12. Aber die Manifestation kam noch lange nicht. Der Bund wurde geschlossen in Kapitel 15. Aber die Manifestation kam immer noch lange nicht. Hier im Kapitel 17. Innerhalb eines Jahres haben sie einen Sohn. Innerhalb eines Jahres. Weisst du, wo unser Problem liegt? Als charismatische Christen? Wir sind trainiert, an Verheissungen zu glauben. Sollten wir nicht. Glaube mehr an den Verheisser. Hörst du mir zu? Stehe nicht auf Verheissungen. Vertraue dem Verheisser. Glaube nicht so sehr an die Heilungen. Glaube dem Heiler. Amen. Suche nicht so sehr Belohnung. Vertraue dem Belohner. Kannst du sehen, wo der Punkt liegt? Siehst du, genau das ist es hier. 25 Jahre ging es. Aber die Verheissung war da. Die Verheissung war da. Pastor Erich, wir stehen auf die Verheissung. Wir stehen, das haben wir gelernt. Und wir stehen auf die Verheissung. Und sie stehen immer noch nach Jahrzehnten. Und noch nichts ist passiert. Pastor Erich, wir sind im Bund mit Gott. Wir sind im Bund mit Gott. Und wir stehen auf diesem Bund. Und es ist immer noch nichts passiert. Aber in dem Moment, als sie beide unter Gnade kamen, innerhalb von zwölf und neun Monaten, preis dem Herrn, innerhalb von kurzer Zeit, ist die Verheissung da. Es geht nicht um die Sache. Es geht um die Person. Deswegen ist Grace keine Doktrin. Grace ist keine Theologie. Grace ist eine Person. Kannst du sehen, den Unterschied von Verheissung zum Verheisser. Von Heilung zum Heiler. Von Belohnung zum Belohner. Schauen wir ganz kurz an, was das Neue Testament, Hebräer 11, Vers 11, dazu zu sagen hat. Und zwar wird dort in Verbindung mit Sarah das ganz klar uns aufgezeigt. Durch Glauben erhielt auch Sarah, nicht Sarah, stimmt's? Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den, D-E-N, für treu erachtete, der es verheissen hatte. Um wen geht es hier? Geht es um die Verheissung oder um den Verheisser? Den Verheisser? Wen hat sie als treu erachtet? Hat sie die Verheissung als treu erachtet oder den Verheisser? Die Person. Halleluja. Konzentrier dich auf die Person. Konzentrier dich immer auf die Person. Kannst du sehen, es geht nicht um die Verheissung, obschon es braucht sie, es braucht den Bund, aber schlussendlich für uns geht es immer um den Verheisser, den Bundespartner. Halleluja. Die Person. Jesus Christus. Jesus Christus.